Dazu werden sogar hohe Betonsteine verwendet. Diese sind stabil und leicht zugleich und können außerdem sehr einfach zurecht geschnitten werden. Lern und Nacht wird der neue Konstruc des Erdgeschosses sichtbar. Und auch die Ausgabe werden in den Aufbau mit angezogen. Das hat den Vorteil, dass wir eine hohe Wärmedämmung haben. Ich habe darüber nichts geschlagen. Ich habe darüber nichts geschlagen. Ich habe darüber nichts geschlagen.